... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... Gut, dann machen wir zum nächsten Kampf, würde ich sagen. Hier ist gerade nichts mehr zu tun. Das heißt, wir machen jetzt den... ...Spezial-Kampf. Oben rechts. Weil das hier nämlich nur noch zwei Runden ist. Beteiligung des Brückenkopfes. Das ist egal. Okay, eigentlich sieht das nichts mehr über die Kontrolle über alle Bollwerke. Das war gut. Und der Bollwerke wird um ein verbündetes Bollwerke. Aber das reicht schon. Einen Kanal, ja, alles gut. Er ist gut. Bernie muss diesmal gewechselt werden. Und da hat dann wieder ein Edelgarten rein. Und hier muss ich mal ganz kurz gucken, gibt es ja noch ein Ding? Erdinand, wir haben schon ein Dingens. Balthus ist da hinten noch gut, dann sollte ich Balthus eventuell noch mitnehmen. Oder auch nicht. Ich nehme Manuel, damit ich es da oben komplett sehen kann. Aber ich habe für hinten niemanden. Edelgard ist oben halt auch gut. Dorans ist unten gut. Oh mein Gott, ich bin halt oben nicht gut. Ich muss aber nicht mal nach oben langlaufen. Ich würde nämlich Manuela noch sehen. Wenn man sich entscheiden kann, dann machen wir es ja. Oh mein Gott. Warte, Manuela. Äh... Falsch. So. So. Auf geht's. So, und zwar folgendes. So. So, ich habe mein Ding. Ich bin jetzt mal von mir. So. 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 Ich werde mich jetzt nicht klicken. Ich werde mich von mir. Ich werde mich für ein Achtet nehmen. Das ist mir schomett. Manche aus Reise. Ich werde mich verletzen. Ich werde mich davon abhalten. Ich werde mich für力um schnappen. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz vorhin drehen, hier noch kurz das Kasuslager einnehmen. So, die wollen alle nach da, wer hätte das erwartet, so, dann sagst du, wo bist du hier, ist okay. Geh jetzt mal an! Wir müssen das ja hier oben, die Cover, da müsste das wahrscheinlich sein. Wir müssen das ja hier oben sehen. 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 Ich glaube, ich habe den Anagarten geholfen. Ich denke, ich habe den Titel mit seiner Song. Ich habe den Titel geholfen. Ich glaube, ich habe den Titel geholfen. Das ist okay. ähm, du gehst bitte mal mit die Bürgerin beschützen ich habe 60.000 Schaden gemacht das ist noch eine Basis da ist die Kavallerie durchgebrochen, das ist nicht gut ähm die Kavallerie wie gut das ist die Kavallerie die Kavallerie Das sind zwei Basis, das sind ja immer durch. Das war die So. So, das ist erstmal safe. Dann gucken wir hier mal ein bisschen, das heute noch perfekt bei mir. So, damit haben wir das durch. Wie sieht's hier aus? Die Bürgerin... Oh, der geht's gar nicht gut. So, die Spieler sind weg. So, die Tiere sind weg. So, das ist wirklich nachher und so weiter. So, das wird,"Saya, Sie geben?" So, das ist Ihr wțe oder so? Die Bedeutung ist drin, aber das ist ein Witz. So, das ist ein Witz. So, das ist das Witz. Sie sind beim Schweren und dieangs auf die Le Kapitel. Das kann ich nicht sagen. Nein, so eine alte Bürgerin besiegt. Okay, damit ist die Sidequest leider durch. Das ist ärgerlich. Ich wollte beklemmen, aber im Gegenschnitt ist ein Bonus. Ich muss hier selber hingehen. Ach, bin doch in der Gegend stehende Wunsch umgekommen nachher. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht vergessen habe. Es geht nicht mal um Nix. Okay. Das war's für heute. 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 Sooo... Das war's für heute. 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 Das geht mal vor, dass das einfach unhandlich lang an die Gegner kommen, bis man die Anderen alle gekriegt hat. mal wieder ein paar kleinere Leute noch mitnehmen, immer wieder mal war was cool, glaube ich zwar nicht, aber ist okay kannst uns halt den Schützen gleich down 200 Gegner besiegen, sehr schön sieht jetzt hier aus, auch gleich durch, sehr gut ich hab ein bisschen gerne, wenn wir sie mit den Schützen und den Golem haben wir zu gewinnen noch ein paar mit so Golem das geht ja los das ist gut gegen den Golem, das ist sehr schön das ist sehr schön so Oh, da war der Nepphunter an der Stelle, denke ich mal. So, hoppala, geht's weiter. So, jetzt kommt der Nepphunter weg. Ganz am Schammer, da habe ich sie getroffen. Zagone. Ähm, ihr meines sollte tatsächlich damit abgehen. Tränen Sieg, dass ihr mit dem, den Sieg, und sieg, den Sieg. Für mich war es für das Glück, und ich hab ihn mit dem, den Sieg, den Sieg. Der Sieg, den Sieg, und den Sieg! Sieg, den Sieg! Der Sieg. Tschüss, Mr. Bonem. Das ist ein Schmerz, aber es ist ein Schmerz. Sehr gut, drauf geschlossen. Das heißt, begeisterter Stoffpreis. So geil ist. Lecker. Es ist Heldin gewesen, natürlich wieder, wer hätte das erwartet. Litteler Blind Pegasus. Wenn eine Einheit ein zu den Adjutanten hat und Kampftechniken oder Magie einsetzt, kann dieser Adjutant die gleiche Kampftechnik wie der gleiche... Äh, wie war ich mal hin? Das ist eigentlich nur mit Adjutanten. Das habe ich doch gut nicht vergessen. Egal. Äh, die aktive Einheit... Wir müssen so ein Schlüssel C. Der wird 3 entsprechen. Perfektionsschwert. Astra. Erkommt.. Schade, Schade. das war viel cash so damit haben wir das aber fertig meine auszeichnung ist stein der erfahrung stein des wissens schnitter okay dann ganz kurz noch mal eben alles ab so genau das Das ist ja immer Anna. Konnichiwa! Konnichiwa! Komm! Ja, drei Überstimmungen, die ich hier nicht bekam. Jetzt ist der Magie. Heute. Das wäre gerade nicht. Ich habe doch glaube ich hier noch irgendwo und da. Zwei Garpecs. Danke. Danke. So, dann haben wir das. Dann möchte ich einmal ganz kurz zum Verweiter, mal gucken, welches Ding wir upgraden können. Äh, die Bataillons, bitte. Äh, die Bataillons, bitte. Äh, äh, und... Das war's, ne? Ja. Das war's, ne? 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 Ich hab' noch einen. Holy shit. Ich schaue es dir einfach. Ambrosia. Verteidigung. Die kann ich noch nie. Äh, das ist 10. 20. 21. 20. 17. Äh, okay. Das ist jetzt. Und goldener Apfel. Scham. Ja, okay. Ja, lass mal. So, damit haben wir das. Irgendwas wollte ich noch gerade machen. Wollte ich denn noch machen? Äh, ach ja. Erstmal ganz kurz gucken, ob der Schnitter was kann. Der kann tatsächlich was. Erfahrung, was? Hm. Ich muss damit werden. Oh ne, klar. Das ist gut. Gut. Gut, 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 gut. Ich glaube. Dann war das alles, was ich machen wollte. Dann. Ich bin nochmal schnell. Und dann sehen wir uns für YouTube in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.